Heute ist Tag. Leute, ich leg mich jetzt an für Spenden. Hier, Leute, ich check nichts mehr. Die Minecraft-Welt ist komplett auf dem Kopf. Hä, was geht hier ab, Leute? Ich hab Angst vor dieser Minecraft-Welt. Zum Glück ist sie jetzt wieder normal, aber... Ich hab trotzdem Angst vor dieser Minecraft-Welt. Hi, Wölfe, danke, dass ich mich vielleicht mit dem Skelettet habe. Oh, das ist schon schade. Was geht denn ab? Auf jeden Fall, finde ich, ist das ganz schön gruselig, das ist in Minecraft-Welt. Warum ist das so dunkel dort? Schaf, guten Tag, Herr Schaf. Boah. Der Wasser sieht man halt noch nicht. Ich schiene mich schnell wieder hoch. Also, ich weiß, man kann auf Magma blicken. Kriegt man Luft. Aber trotzdem... Ist mir das lieber, wenn ich mein schönes Bötchen einsteige. Und aus dem River, also Fluss, abhaue. Ich mag keine Wälder. Oh, hier haben wir wieder unseren... Toll. Und was hier unten ist, ist wieder eine Cave. Eine Cave. Wow. Richtig geil gemacht, Minecraft. Denk ich mir hier. Oh, was ist das? Weiß gemacht. Ich lockte mir 1.17. Gab's das noch nicht. Hab ich jetzt hier... Oha. Richtig gut gemacht. Alter, da muss ich ein Lob an Minecraft geben. Da kam ich her. Oder? Wieder ein Ocean Moments. Ich hasse Ocean Moments. Ach, komm. Ich werde nachher los. Oh, ein Snowy Biom. Ich liebe Snowy Bioms. Hi, Iceburn. Oh, nice. Cool. Wo ist meine Tür? Und ab. Runter mit mir. Ist hier eine Kiste? Hallo Kiste? Nein, schade. Ich will hoch, schnell. Aber ist schon cool. Wow, das hier Wasser ist. Oh, ja. Da staun ich jetzt nur, wenn ich ewig brauche. Ähm. Nein, schnell hoch. Nein. Shit. Oh, komm. Ich check auch nicht mehr. Ist das jetzt Tag oder was? Ich muss wieder eigentlich sagen, jeder mag den macht nicht. Also wird mal kurz breitig. Man muss boh, jeder. Das sind ja schon Caufe. Aber ich kann nicht mehr schlafen. Ja. Ich kann nicht mehr schlafen. Aber ich kann nicht mehr schlafen. Das ist ein Fuchs. Wow. Ich hab mich erschreckt. Aber cool. Ja. Boah. Wenn es Tag wird, also Nacht wird, dann will ich hier raus. Weil hier spawnen übelst viele Zombies und so. Und ich mag Zombies gar nicht. Dann will ich hier schnell raus einfach. Boah, die Dinger gab's schon mal 1 von 2 von 2. Boah, daran kann ich mich neu erinnern. Ich such einfach nur ein Dorf. Und wir sind bei 2.000 Blöcke. Getraveled. Oh, es brennt. Shit. Naja, das Ding wird bald abgekackt. Boah. Mein Gott. Ich sollte mein Handy echt mal aus. Leise stören wegen dem Livestream. Was ist denn das? Was? Ich werd mal jetzt... ... ... ... ... ... ... ich hab von Spark ein Video gesehen und da hab ich was cooles entdeckt. Ok, shit. Es war doch nicht schlau, aber werde ich bestimmt irgendwann mit Eisenstiefeln auch nice gewonnen, muss ich echt sagen. Und Boot. Wer sind unsere Eisenstiefel? Oh, unser Eisenschwert ist auch umstärzt. Holzschwert auch. Ja, Steinschwert. Alles richtig nice. Ich würde sagen, ich müsste die Texturen tauschen. Ja, halt. Oder ihr dürft mal in den Youtube Kommentaren abstimmen, ob das hier das Dierschwert sein soll und das hier das Eisenschwert sein soll. Das Dierschwert werdet ihr auch noch sehen und das ist fertig. Okay, perfekt. Wird's noch? Nee, wo nicht. Okay, perfekt. Dass meine Stahnaxt auch richtig nah ist mit dem grünen K drauf. 4. 4. 5. 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 6. 5. 5. 7. 6. 8. 10. 10. 11. 10. 12. 11. wir tauschen doch mal schnell für 2 ne hat der eine sogar einen 3-Zack einfach vorbeischauen ganz schnell kriegen wir schon ok ist 1 goldachs wo packen wir die hin wo packen wir die hin ach shit wir stanken ganz um weil wir sagen Goldblock holen wir auch um shit ich hab keine Eisenspitze gemacht ach doof da hoffe ich auch auf die erste Idee kommen soll Mist 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 was machen wir denn jetzt noch na auf jeden Fall sind wir die Typen erstmal los und dann schnell weiter travel einfach weiter hier shit ist es nacht oder wat komm es nacht oder ja es ist nacht shit 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 verbrenn die auch nicht ich will nichts ich will nichts es ist einfach despawn 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 what das finde ich auf jeden Fall cool das finde ich auf jeden Fall cool wie warte ich immer bis alle Sachen die spot sind na hab ich Boot oh shit hab ich nicht aufgesammelt was soll ich denn jetzt schon wieder wegschmeißen steinschwert ach du mein Fehlern brauchen wir auch später was soll ich wegschmeißen steinschwert komm wo ist jetzt das Boot ach komm Boot verarsch mich jetzt nicht ok nice jetzt haben wir das Boot auch tauschen wir schnell aus cool ausgetauscht ach cool ja ich bin ja auch nie gekommen Leute was geht bei uns ab Leute was geht bei uns ab und weitertraveln wir haben noch kein richtiges neues wir haben schon neue Biome gesehen oh ist das das neue Peaks Biome oh das wäre so neu als wenn es jetzt das Snow Peaks Biome ist bitte sei jetzt einfach das Snow Peaks Biome ich will nicht dieses Ocean Biome ich will jetzt Snowy Peaks ich will jetzt Snowy Peaks bitte ist das 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 ganze Schad Kürbisse komm wird es jetzt schon wieder nacht oder was komm wird es jetzt schon wieder nacht oder was ach man komm ähm oh dafür habe ich eigentlich den Wasser hier ist ein Erdblock ist das eine verschneite Ebene ähm da ist was falsch Leute da ist was falsch Leute irgendwas ist falsch achso wir sind wieder zurück getravelt cool ist mir nicht aufgefallen aber ich sehe da schön hohe Berge nochmal kurz Schlaftest weil ich bin mir nie sicher wann ist Tag und wann ist Nacht ein kalter Ozean ein kalter Ozean ist doch kein kalter Ozean was sagt F3 dazu? Bio Minecraft Cold Ocean doch das ist ein Cold Ocean einfach wir traveln jetzt einfach zurück krass oder? wir traveln jetzt zu 1100 wir traveln jetzt zu 1100 irgendwas haben wir angefangen nur Y62 und X weiß ich nicht mehr ich mags auf dem Ozean zu tönen also was ich nicht mag wenn man ein Ozean Monument findet das ist ein Schiffsdruck cool das ist kein Schiffsdruck was ist das ich habe da für Angst was ist das ich habe da für Angst die schicken ein ich bin ich bin schüttel nicht mehr holz hier sind Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!